Hast du nur einen leichten Armfuß für mich, Seppi? Hmmm... Muss ich in den Vorwerk gucken. Oder aber lässt wir am besten, natürlich. Drei vier sind da, einer ist... ...weiter zurück, teilweise. Ich gebe auf! Er gibt auf. Er gibt auf. Wo ist denn das? Da haben wir an einem Vorwerk gelandet, dass wir gelootet hatten. Mein Kurierpferd ist tot. Ich bin gecrashed und... Oh Gott, die sind ja an der Eisenmine. Also alles voll. Ja, das ist alles voll. Ja, ich bin hier allein, Kurva. Warum bist du denn unten? Weil mein Pferd ins Spiel gecrashed ist. Ach so. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir von Sorge. Wo ist denn das andere Vorwerk, wo wir die Lootsachen drin hatten? Ich bin relativ safe. Wo die ganzen... Die stehen beide hier. Unten sehe ich nur einen. Irgendeiner hat noch sein robustes Pferd dahin, wo die Bogenschützen waren. Ich rück nämlich jetzt auf. So ein paar habe ich gut erwischt. An der Eisenmine sind acht Mann ungefähr. Ja. Die haben Wasser, die... Die sind jetzt Tochter, ey. Hier unten im Schirm. Die kommen jetzt hinter... Hinter der Inks aus dem Wasser. Hinter dem Lagerhaus, ne? Ja, hinter dem Lagerhaus. Ja, hinter dem Lagerhaus. Da wird mir das Loch da gemacht bei dem... Vorsicht. Hat jemand irgendwo Schützen? Links am Lagerhaus. Hier gibt's nicht einer bei mir. Das ist Veskis, der ist... Na, was gibt's nicht? Oh fass, krass, wer hat das denn was denn? Ich hab auf meinem eigenen Private hier keine Rechte, ey. Haben wir da noch... Ambrust drin oder so? Ja, kannst mich anhandeln. Hier, ich hab die Arbeit, ja. Achso, ja. Das ist vielleicht gerade, warte. Ey, das hört mich irgendwann. Ich hab's nicht gehauen. Okay, Vorsicht. Arme kann hier rum. Krass. Eila's tot. Ich hab einen Akra erschlagen. Ich komm, rum. Vorsicht. Noch ein Gehilter. Boah, ist mir nicht voll am Wasser. Wir haben auch Armbrüste dabei. Ja, ja. Sebi und ich kommen jetzt auch wieder. Wir kommen mit nem normalen Pferd angeritten. Ihr seid immer noch da, ne? Sebi macht wieder zu. Normal. Nein, ich lass das auf, damit sie vielleicht mal reinkommen. Also, es sind die... Alter. ...so schlechte Schützen. Wir nehmen die grad voll auseinander. Was geht von dir? Was geht von dir? Ich komm hier nicht raus. Ich hab nen Screenshot. Poli, wie sehen deine Leben aus? Oh, 22. Okay, ich komm jetzt mit 175. Also, einer ist tot, den kann ich aber nicht looten, ne? Die sind bei unseren... Die sind bei den Lagerhäusern, ne? Ja, ziemlich viele sogar. Ja, ich komm runter. Obwohl, du bist vorne in der Front drin. Ja, ich bin im Wasser. Ich komm noch nicht rausgeritten. Ja, ihm wer steht da von grünes Ohne drin? Ich komm auch. Boah, Kopftreffer. 100 Schaden. Das... Oh, da kommen sie. Das ist... Wie kommen oben das Lagerhäusern?